Ja hallo, ich bin der Markus und ich bin der Reini und wir sind beide aus Straßen im schönen Asterole. Im Oberland. Im Oberland, genau. Und was uns da vielleicht in Asterole noch ein bisschen besser gefallen könnte? Wenn ein bisschen mehr los war in der Musikszene, weil da ist nicht viel los, oder? Nicht wirklich, nein. Ja, und generell, wenn ein bisschen mehr Stars jetzt einmal da rum waren, schadet sicher auch nichts. Und was für eine Musikrichtung würdet ihr euch wünschen? Und welche besonderen Stars? Wer gefällt euch denn besonders? Also, er ist schon ziemlich hoch geriffen, aber wenn Manfred und Sans oder sowas einmal nach Asterole kämmerten, war schon spitze. Stimmt, er war geil. Es ist bloß Musik, La Brass Banda oder sowas, einfach mal ein Hit. Und sollten die dann in Lienz oder habt ihr jetzt da besondere Veranstaltungsorte, wo das möglich wäre, sowas? Ja, ich sage, Lienz passt auch ganz gut, weil sie eigentlich das Zentrum ist von Asterole. Und da kommen wir eigentlich am leichtesten hin. Ja, stimmt, das ist recht zentral. Ja, das ist toll, also. Ich meine, wenn es in Sicilien war, war es auch die letzte, am ganzen Früh zusammen zu gehen. Aber, so war gut, ja. In Lienz war perfekt. Und, also, es wünscht euch jetzt Konzerte und interessiert euch die Theater oder Cabarets oder so? Interessiert euch das auch? Also, mir persönlich nicht wirklich, aber es war sicher auch mal eine Abwechslung. Ja, Cabaret ist eh oft einmal da, aber interessiert mich eigentlich jetzt so nah. Okay, super, danke. Danke. Bitte.